So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder recht herzlich zur Augstern-Ring-Vorlesung. Ich freue mich persönlich, dass ich heute wieder bei Ihnen sein kann. Vergangene Woche bin ich ja einmal ausgefallen, heute bin ich wieder da. Und wir können jetzt eigentlich Bergfest feiern, weil wir haben heute schon die siebte von 13 Lectures. Also eigentlich ist schon die Halbzeit überschritten. Und die Halbzeit wird heute begangen, mit Ihnen begangen von Elisa Simantke. Herzlich willkommen, Elisa. Elisa hat es nämlich heute trotz Eis und Schnee von Berlin aus hier pünktlich hergeschafft und dafür schon mal ein ganz großes Kompliment und ein dickes Dankeschön. Elisa, wie immer, wird Ihnen gleich vorgestellt von Severin Pehlke. Auch er ein Absolvent unseres Masterstudiengangs Journalistik und Kommunikationswissenschaft hier an der Universität. Severin ist mittlerweile Volontär beim NDR und er wird Ihnen gleich Elisa Simantke vorstellen. Kurz nochmal zur Erinnerung, eine Kooperationsveranstaltung ist das zwischen der Universität Hamburg und der Rudolf-Augstein-Stiftung. Und nun wünsche ich Ihnen allen wieder interessante Einsichten. Bitte, Severin. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, ich gebe zu, es ist noch etwas ungewohnt, hier auf dieser Seite zu sitzen, zu stehen. Vor etwa einem Jahr saß ich noch auf der anderen Seite. Good to be back. Also an dieser Stelle auch an Herr Lilienthal danke nochmal für diese Möglichkeit. Ich freue mich, meine Damen und Herren, Ihnen nun unseren heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Elisa Simantke ist preisgekrönte Investigativjournalistin und seit November dieses Jahres Redakteurin beim renommierten Investigativ-Startup Papertrail Media. Für ihre Recherchen wurde sie unter anderem mit dem Otto Brennerpreis ausgezeichnet. Aber beginnen wir am Anfang. Elisa Simantkes Weg in den Journalismus startet in Köln. An der Universität zu Köln studiert sie Wirtschaft und Politik und besucht die Kölner Journalistenschule. Damals ist es ihr großer Traum, Brüssel-Korrespondentin zu werden, aus dem Herzen Europas über EU-Politik zu berichten. Doch schon bald reift in ihr eine Erkenntnis. Es ist 2011, mitten in der Euro-Krise. Für den Tagesspiegel bereist sie Irland, Portugal, Spanien, Griechenland. Und auf diesen Recherchereisen merkt sie, Europa ist nicht Brüssel und Brüssel ist nicht Europa. Ihre Erkenntnis, komplexe europäische Themen müssen über Grenzen hinweg recherchiert werden. Deshalb gründet sie 2016 mit sechs weiteren KollegInnen Investigate Europe. Ein europäisches Recherchenetzwerk, für das heute 20 JournalistInnen aus zwölf Ländern berichten. Das ist der Verdienst von Elisa Simantke. Dieses Netzwerk basiert auf Kooperation. Alle Rechercheergebnisse werden geteilt. So entstehen starke Geschichten mit Impact und einer echten europäischen Perspektive. Wie genau das gelingt, wird uns Elisa Simantke gleich erläutern. Frau Simantke ist nicht die Einzelkämpferin in Brüssel geworden. Sie hat sich entschieden für Zusammenarbeit, für die Recherche. Und ich glaube, davon können wir alle noch viel lernen. Herzlich willkommen, Elisa Simantke. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Und ich hoffe, dass meine Stimme den heutigen Abend durchhält. Weil wie wahrscheinlich viele von Ihnen zurzeit kämpfe auch ich mit anfangenden Erkältungen, dem Schnee. Und ich bin dankbar über jeden und jede Einzelne von Ihnen, die es heute Abend hierhin geschafft haben. Ich wäre schon so dankbar gewesen, dass Sie sich so sehr für Journalismus und Europa und diese Reihe interessieren, dass Sie heute Abend gekommen sind. Aber unter den Umständen ist das nochmal besonders erfreulich. Vielen Dank natürlich auch vor allem an Volker Lilienthal für die Einladung. Und an die Rudolf-Augstein-Stiftung und Stefanie Reuter, die auch heute Abend nicht da sein kann, dass ich heute Abend über mein Herzensthema Investigativjournalismus in Europa sprechen darf. Und natürlich auch an Siverin Pehlke für die Moderation. Wir werden ja später noch ein bisschen mehr Gelegenheit haben, uns zu unterhalten. Weil der Teil, auf den ich mich besonders freue, ist nicht meine 45-Minuten-Monolog, den ich jetzt halten werde, sondern vor allem den Teil mit Ihren Fragen und der Diskussion. Denn Investigativjournalismus mit Impact, die europäische Perspektive, schon allein den Titel dieser Veranstaltung heute können wir gleich auf mehreren Ebenen diskutieren. Was ist investigativer Journalismus und was muss er leisten? Was bedeutet Impact und wie kann dieser gemessen werden? Braucht man das überhaupt oder kann das eigentlich weg? Und dann für die heutige Veranstaltung besonders entscheidend, wie kann eben eine echte europäische Perspektive im Journalismus aussehen? In der Reihe dieser Vorlesung, ich habe gehört, die meisten von Ihnen kommen regelmäßig, haben Sie schon andere Kolleginnen kennengelernt, die sich ganz wichtigen Perspektiven im Journalismus widmen. Alle davon sind entscheidend, um im Sinne dieser Reihe sagen zu können, was ist. Wir reden von Perspektiven, die sich ergänzen. Und heute geht es eben um investigative Berichterstattung in und über Europa. Der Zeitpunkt für solche Überlegungen könnte aktueller nicht sein. Im nächsten Jahr wählen wir ein neues europäisches Parlament. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft tobt Krieg. Die Wirtschaft schwächelt, die Preise steigen. PolitikerInnen und AktivistInnen fordern wahlweise geschlossenere oder offenere Grenzen. Und der Journalismus befindet sich schlicht in jeder Krise immer genau mittendrin. Unser journalistisches Arbeiten geht dabei für mich am Ende auf drei entscheidende Aspekte zurück. Die journalistische Neugier, die gründliche Recherche und der gesellschaftliche Kontext. Beginnen wir mit der journalistischen Neugier. Wegen des Super-Wahljahres und damit auch der Wahl des EU-Parlaments, werden Sie in den nächsten Monaten eine verstärkte Berichterstattung rund um das Thema Demokratie in Europa wahrnehmen können. Soweit, so gut. Doch diese Strukturen existieren nicht nur alle vier Jahre. Sie umgeben uns ständig. Medien müssten sich eigentlich in vielen Teilen ganz anders aufstellen, um einem solch komplexen Konstrukt wie Europa gerecht zu werden. Und vor allem, um es mit investigativen Methoden kritisch zu untersuchen. Denn sonst geraten sie selbst zum Megafon der Populisten. Die journalistische Neugier, die in unserem Beruf eigentlich Grundlage für alles ist, fehlt so oft, wenn es um Europa und seine Strukturen geht. Auch Zeitdruck, der in Redaktionen ganz unzweifelhaft herrscht, ist keine Entschuldigung für Ignoranz gegenüber anderen europäischen oder globalen Perspektiven. Eigentlich nichts, rechtfertigt die auch unter Journalistinnen weit verbreitete Unwissenheit darüber, wie das europäische System eigentlich funktioniert. Denn zu wissen, wie Entscheidungen getroffen werden und wer darauf Einfluss hat, ist wirklich entscheidend. Dieses Wissen ist die Grundlage für eine qualitativ hochwertige und kritische Berichterstattung, sei es investigativ oder in der täglichen Nachrichtenproduktion. Kurznachrichten kommen zwar scheinbar neutral daher, bestimmen aber doch in ihrer Auswahl und Intonierung die Wahrnehmung vieler. Überschriften lesen nämlich sogar diejenigen, die nur mal schnell morgens in der U-Bahn mit dem Handy durch die Überschriften scrollen. Ich will Ihnen heute kein Grundlagenseminar in europäischer Politik geben. Genauso wenig, wie Wolfgang Blau Ihnen die Ursachen des Klimawandels dargelegt hat oder Anton Trojanowski die Geschichte Russlands erzählt. Aber wenn Journalisten nicht wissen, wie europäische Institutionen, wie Parlament, Rat und Kommission zusammenarbeiten und wo der Einfluss nationaler Politik und Lobby stattfindet, dann führt das in den Redaktionen schlicht zu einer unguten Abhängigkeit von ewig gleichen Agenturmeldungen aus Brüssel. Und dazu, fast noch schlimmer, zur Wiedergabe der Pressestatements von PolitikerInnen ohne Einordnung und Faktencheck. So entstehen eben unhinterfragte die in Brüssel Narrative, die dann die wirkliche Verantwortung verschleiern. Ja, es gibt kundige KorrespondentInnen vor Ort. Aber es wäre eben fatal zu denken, dass es nur diese den europäischen Kontext verstehen und einordnen sollten. Oder noch fataler, die Perspektive aus Brüssel mit einer europäischen Perspektive automatisch gleichzusetzen. Eigentlich hat jede Berichterstattung zu Politik und Wirtschaft eine europäische Ebene. Konzerne agieren grenzübergreifend, Wirtschaftskrisen umspannen Kontinente. Und uns interessiert nur, was die deutsche Politik dazu sagt? Für eine gute Europa-Berichterstattung kommt es zudem nicht nur auf diejenigen an, die die Berichte abliefern, sondern mindestens genauso auf diejenigen, die sie redigieren und über Artikellängen und Sendeplätze entscheiden. Europa ernst nehmen müssen eben alle. Es mag zwar angemessen sein, die Komplexität von Geschichten für LeserInnen runterzubrechen, wie es im Mediensprech so schön heißt, aber wenn dies aus Unwissenheit und Desinteresse der zuständigen und oft überlasteten RedakteurInnen passiert, dann wird es wirklich gefährlich. Ein Beispiel. Sie können sich mal den Spaß machen und googeln, die EU verbietet. Sie werden einen bunten Strauß an Schlagzeilen mit ganz unterschiedlichen Dingen finden, die die in Brüssel gerade wieder einmal verboten haben. Meistens findet sich auch ein nationaler Politiker, der das Verbot unnötig und doof findet und sich über die in Brüssel echauffiert. Der Eindruck, der in dieser Einfachheit entsteht, ist aber fast immer falsch. Meist ist in solchen Artikeln die EU-Kommission gemeint. Aber auch die Kommission entscheidet nicht allein. Ohne Mehrheiten im Europaparlament, das Sie und ich wählen, und vor allem bei den VertreterInnen der nationalen Regierung geht in Brüssel eben gar nichts. Bevor ein Vorschlag gesetzt wird und gegebenenfalls in einem Verbot endet, braucht es meist Jahre und selbst dann können Vorgaben häufig auf nationaler Ebene auch noch unterschiedlich umgesetzt werden. Wir alle zusammen haben X und Y verboten, bringt zu Hause im Zweifel aber nicht so viel Applaus. Und vor allem, wenn der internationale Konsens den Befragten dann dazu auch nicht gefällt. Die nationalen Regierungen haben einen enormen Einfluss in Brüssel. Und genau solche Zusammenhänge müssen diejenigen wissen, die die Fragen stellen. Ganz allgemein gilt, zu viel Simplifizierung in der Berichterstattung verzerrt die Fakten. Sie lässt einfach keinen Platz für grau, sie kennt nur schwarz oder weiß. Die Welt und Europa sind vielschichtig und komplex. Daran führt kein Weg vorbei, auch nicht in 80 Zeilen. Aber nehmen wir die individuelle Neugier auf Seiten ReporterInnen und Redaktionen als erste der drei Grundlagen Neugier, gründliche Recherche, gesellschaftlicher Kontext einmal als gegeben an. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie lässt sich Europa am besten investigativ recherchieren? Meine früheren KollegInnen bei Investigate Europe, einem inzwischen 22-köpfigen Rechercheteam, das sich seit 2016 auf europäische Recherchen spezialisiert hat, und meine jetzigen KollegInnen bei Papertrail Media, einem investigativen Start-up, das in internationalen Netzwerken wie dem ICIJ, dem OCCRP oder Forbidden Stories für die Partnermedien Spiegel, ZDF, Standard und Tamedia in der Schweiz recherchiert. Sie alle verbindet eine bestimmte Art zu arbeiten. Grenzübergreifend, langwierig und kooperativ. Wenn Sie an Europa-Berichterstattung denken, was fällt Ihnen dabei ein? Ich würde sagen, Sie denken vielleicht an Interviews mit Staatschefs, die kurz vor der Kamera stoppen und neueste Verhandlungserfolge oder eben Schuldzuweisungen in Kameras durchgeben. Beim Schlagwort investigativ denken Sie dagegen vielleicht eher an Geheimdienste, Terror, organisierte Kriminalität und undercover Reporter à la Günther Wallraff. Aber wie passen die zwei Felder dann am Ende zusammen? Für die ReporterInnen, mit denen ich zusammenarbeite, steht Investigativ vor allem für gründliche Recherche. Die deckt auf, was Akteure mit Einfluss, Politik, Kriminelle, Industrie lieber nicht aufgedeckt sähen. Auf nationaler genauso wie auf europäischer und globaler Ebene. Das bedeutet im ersten Schritt, Strukturen zu durchdringen und zu verstehen. Bei Investigate Europe haben wir uns ganz oft darüber gestritten, wo in-depth, also tiefgründig, aufhört und investigativ anfängt. Das ist nämlich eigentlich gar nicht so einfach zu definieren. Viele Skandale heutzutage sind nämlich gar nicht unbedingt geheim. Sie liegen halböffentlich unter Bergen von zwar theoretisch zugänglichen, aber unstrukturierten Daten in intransparenten Registern vergraben. Was es braucht, sind Zeit und das technische Wissen, sie aufzuarbeiten. Und Sie müssen, um einmal ganz kurz meinen Investigate Europe-Mitgründer und Mentoren Harald Schumann zu zitieren, ganz einfach die richtigen Fragen stellen. Euphemistische Wortschöpfungen wie Steuerwettbewerb zeigen Ihnen schon, nicht alles, was verwerflich ist, ist auch illegal. Neben der Steuerfahndung kann auch ein öffentliches Image der Grund sein, weshalb Konzerne und Personen ihre Steuerkonstrukte lieber vor der Öffentlichkeit verbergen. Dabei wird Journalistin die Arbeit mit Absicht erschwert. Denn auch auf der anderen Seite weist man um beschränkte finanzielle und zeitliche Ressourcen in den Redaktionen. Akteneinsicht muss über Monate beantragt oder gar eingeklagt werden, selbst wenn dieser Zugang in vielen Fällen eigentlich gesetzlich garantiert ist. Zum richtigen Formulieren von Vorjahrs, sogenannten Freedom of Information Requests, also Anfragen auf Grundlage eigentlich garantierter Auskunftsrechte, können Sie ganze Seminare belegen. Denn jede kleine Ungenauigkeit wird als Ablehnungsgrund genutzt. Und selbst, wenn Sie genau goldrichtig liegen, müssen Sie sehr viel Zeit mitbringen. In Deutschland dauert es von einer Anfrage bis zum Vorliegen der Akten im Durchschnitt ein halbes Jahr. Oft ist die Kommunikation dabei von Behördenseite von Unwillen geprägt. Übermittelte Akten werden häufig durch überzogene Schwärzungen unlesbar gemacht. Auf EU-Ebene geht es zwar oft etwas schneller als in Deutschland, aber auch hier werden Fristen maximal ausgereizt. Was oft nicht erkennbar ist, das per EU-Vertrag verpflichtende Bekenntnis zur Transparenz des Handelns in demokratischen Strukturen. Und das ist nur der Teil, auf den Sie, übrigens nicht nur als Journalistin, sondern auch als ganz normale Bürgerin, per Gesetz ein Auskunftsrecht haben. Dazu gibt es im investigativen Journalismus die Recherchen, bei denen nur dank exklusiver Quellen, also seitens sogenannter Insider oder Whistleblower, Informationen öffentlicht werden, von denen die Welt sonst nie erfahren hätte. Denken Sie zum Beispiel an die Enthüllungen, die durch Edward Snowden angestoßen wurden oder durch die weltumspannenden Schockwellen der Panama Papers. Als letztes Mittel gehen JournalistInnen in investigativen Recherchen auch erhebliche persönliche Risiken ein. Meist um letztgültige Belege zu sammeln, zum Beispiel die israelischen Kollegen, die für das Netzwerk Forbidden Stories als Lockvögel getarnt, die Desinformationsstrategien von Team Hoche auffliegen ließen. Oder die jungen Kolleginnen von Stern Investigativ, die als Arbeiterinnen bei Tesla anheuerten und mangelnden Arbeitsschutz aufdeckten. Mit dem Risiko, sich genau wegen dieser fehlenden Arbeitsschutzmaßnahmen auch selbst zu verletzen. Klar ist, dass gründliches und investigatives Recherchieren einen immensen Zeit- und Arbeitsaufwand bedeutet. Immer verbunden mit der Gefahr, dass monatelanges Recherchieren auch in einer Sackgasse enden kann. Und selbst erfolgreiche Recherchen landen oft vor Gericht. Fehler können sie sich bei einer solchen Publikation keine erlauben. Und je mehr Ressourcen sie haben, umso besser. Auch deshalb haben die erfolgreichen Scoops der letzten Jahre eine entscheidende Gemeinsamkeit, die sie von den frühen Scoops eines Günter Wallraffs unterscheiden. Sie basieren nämlich auf der Erkenntnis, das können wir alleine überhaupt nicht schaffen. Teamarbeit ist 2023 längst in den Investigativredaktionen angekommen. Der Typ, einsamer Wolf, der sich monatelang eingräbt und dann mit der Wahnsinnsgeschichte um die Ecke kommt. Es mag ihn zwar hier und da noch geben, aber er stirbt leider aus. Auch Günter Wallraff ist übrigens inzwischen als Team Wallraff unterwegs. International hat sich das Feld in den letzten zehn Jahren rasant entwickelt. Gemessen daran, dass die zunehmende Globalisierung eigentlich schon seit den 90er Jahren ein kontrovers diskutiertes Thema ist, ist der Cross-Border-Journalismus dagegen eigentlich ein überraschend junges Feld. Erst 2009 trifft sich beispielsweise ein Haufen datenverrückter Journalistinnen und Entwickler in Brüssel, um gemeinsam Daten aus einer Datenbank zu den EU-Agrarsubventionen auszuwerten. Mittlerweile hat die aus diesem Kreis hervorgegangene jährliche Konferenz Data Harvest mehr als 500 TeilnehmerInnen. Sie hat unzählige gemeinsame Recherchen hervorgebracht. Das Netzwerk ICIJ, das International Consortium of Investigative Journalists, erfährt in Europa 2014 zum ersten Mal größere Aufmerksamkeit. Zwei Whistleblower teilen damals einen großen Datensatz mit dem französischen Journalisten Édouard Perra. Der wiederum teilt diese mit dem Netzwerk. Das Ergebnis sind die sogenannten Lachs-Leaks. 2015 folgen die Swiss-Leaks. Ein regelrechtes Jahrzehnt der Giga-Daten-Leaks bricht an. Ein Höhepunkt dieser Art der Zusammenarbeit bilden bis heute die Panama Papers. Die beteiligten ReporterInnen, darunter die heutigen Papertrail-Media-Gründer Bastian Obermeier und Frederik Obermeier, erhielten für diese Recherche den Pulitzer-Preis. Mehr als eine Regierung stürzte über den Offshore-Skandal. Es gab einen Kinofilm mit Meryl Streep. Und Stand heute konnten weltweit rund zwei Milliarden Euro an Steuergeldern und Strafen eingetrieben werden. Ist so etwas planbar? Frederik und Bastian haben bei den Panama Papers den Datensatz für ihren damaligen Arbeitgeber, die Süddeutsche Zeitung, im ICIJ eingespeist. Beide sagen, dass das Teilen der Daten kein gigantischer Masterplan war, sondern schlichte Notwendigkeit. Sie hätten einen Datensatz von 2,6 Terabyte zu mehr als 200.000 Briefkastenfirmen in Panama niemals erschöpfend auswerten können. In Deutschland wäre so nur ein Bruchteil der Recherche erschienen. Das ICIJ und seine Infrastruktur dagegen ermöglichte eine bis dato nie dagewesene globale journalistische Zusammenarbeit. Und das ICIJ ist nicht das einzige so agierende Journalismusnetzwerk. Andere wichtige Akteure in diesem Bereich sind beispielsweise das OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting, oder EIC, European Investigative Collaborations. Über das letzte Jahrzehnt ist die Durchschlagskraft dieser Netzwerke so stark gewachsen, dass sie mit ihren Berichten ganze Steueroasen trockenlegen können. Und das Feld ist dynamisch. Die Netzwerke decken auch andere Themen wie Steuerflucht und Geldwäsche ab. Sie recherchieren Themen wie den Einfluss und die Auswirkungen des russischen Kriegs, Desinformation oder den Einsatz von Überwachungssoftware auch gegen Journalisten. Zunehmend gibt es spezialisierte Netzwerke zu Umwelt und Klima oder Gesundheitsthemen. Es gibt Akteure wie Forbidden Stories, die Recherchen von getöteten oder anderweitig zum Schweigen gebrachten Journalistinnen fortsetzen. Lighthouse Reports haben sich mit Recherchen zur Migration an Europas Außengrenzen einen Namen gemacht. Arena for Journalism koordinieren lose thematische Netzwerke von Journalisten. Korrektiv hat sich jüngst zum Ziel gesetzt, Lokaljournalistinnen europaweit zu vernetzen. Und die Liste ist dabei bei weitem noch nicht erschöpfend. Aber das Wichtigste heute Abend ist, alle diese Kooperationen basieren eigentlich auf zwei grundlegenden Erkenntnissen. Erstens. Über Grenzen hinweg gibt es keine klassische Konkurrenz. Kolleginnen von verschiedenen internationalen Medien können deutlich leichter zusammenarbeiten, als sie es national über Redaktionsgrenzen hinweg könnten. Und zweitens. Nur durch internationale Zusammenarbeit ist internationalen Strukturen auch wirklich beizukommen. Und dann gibt es seit 2016 eben auch Investigate Europe. Kein Netzwerk, sondern ein festes Team mit inzwischen 22 Reporter und MitarbeiterInnen, deren Chefreakteurin und Co-Geschäftsführerin ich bis Ende Oktober war. Bevor ich Ihnen berichte, wie dieses Team Themen auf EU-Ebene investigativ und grenzübergreifend bearbeitet, will ich Ihnen aber eine kurze Anekdote erzählen. Sie liegt vor der Gründung von Investigate Europe, noch in meiner Zeit beim Tagesspiegel in Berlin. Für mich war sie ein Schlüsselerlebnis, weil ich mich hinterher fragen musste, ob ich denn tatsächlich gesagt hatte, was war. Dafür mache ich ein kleines Experiment. Ich wechsle weg vom Ich und der szenische Präsenz. Das ist ein schöner Kniff bei Reportagen, um LeserInnen bei Laune zu halten. Ich hoffe, sie funktioniert heute Abend auch bei Ihnen. Also. Es ist 2015. Elisa Simantke ist 28 Jahre alt und seit einigen Jahren Reporterin beim Tagesspiegel für Europathemen. In Griechenland, bereits tief in der Krise, bahnt sich ein politischer Umsturz an. Eine linke bis sehr linke Regierung könnte an die Macht kommen. Sie erinnern sich vielleicht noch, was auf die Wahl später folgte, waren Zybras und Varoufakis, Schlangen vor griechischen Banken, rassistische Griechen-Klischees in deutschen Zeitungen und der Einzug endloser Troika-Sitzungen in europäische Wohnzimmer. Als Elisa Simantke nun vom Tagesspiegel beauftragt wird, die anstehende Wahl in Griechenland, den LeserInnen nahe zu bringen, hat sie eine sehr originelle Idee, wie sie findet. Warum nicht eine Familie porträtieren, in denen die einen, die Jungen, links wählen und die anderen, die Alten, weiterhin konservativ. Eine personalisierte Krisengeschichte einer in zweiten Familie. Der sogenannte Fixer in Griechenland, späterer Investigate Europe-Mitgründer und Journalist Nikolaus Leontopoulos, hilft mit Kontakten, vermittelt die Protagonisten. Elisa reist nach Griechenland, trifft die über mehrere Generationen politisch in zweite Familie, fliegt zurück nach Hause, schreibt auf. Soweit, so gut. Wann genau die Bemerkung fällt, kann ich heute in 2023 nicht mehr so genau rekonstruieren. Das muss einfach ein paar Monate später gewesen sein. Es passierte auch eher so nebenbei. Aber die Bemerkung sitzt und sie begleitet mich bis heute. Folgend ein Gespräch mit Nikolaus aus dem Englischen übersetzt und rekonstruiert aus meinem Gedächtnisprotokoll. Klingeling. Hallo Elisa. Ah, hallo Nikolaus. Hey Elisa, ich muss dir was erzählen. Meine Freunde, Klammer auf, alles erfahrene griechische Reporterinnen, die in der Krise ihre eigentliche Arbeit wiegen ließen, um sich um ausländische Kolleginnen zu kümmern, die kein Griechisch sprachen, so wie mich. Meine Freunde und ich, wir haben einen Running Gag. Okay. Wir wollen ein Unternehmen gründen mit dem Titel Find Me A Family. Hä? Na ja, weißt du, alle ausländischen Reporter wollen doch eigentlich das Gleiche. Eine notleidende, zerstrittene Familie. Am besten jemand, der jetzt arbeitslos ist, keine Krankenversicherung mehr hat und von der Rente der Eltern lebt. Und weil ihr eigentlich niemanden wollt, der schon mal irgendwo anders in den Medien war, haben wir alle unsere Verwandten und Freunde und deren Verwandten, bei denen so etwas gibt, schon längst durch. Bis hin zur Französischlehrerin unserer Kinder. Wir brauchen ganz dringend Nachschub. Das wäre doch ein super Business. Autsch. Meine Reportage, warum Griechenland Syriza wählt, eine griechische Familiengeschichte, erschien am 19. Januar 2015. In der Autorenzeile hatte ich trotz der ganzen Arbeit vor Nikolas alleine gestanden. Und ich hatte eine ganz ähnlich, originelle Idee umgesetzt, wie so viele ausländische ReporterInnen vor und nach mir. Mir ist das heute ein bisschen peinlich. Ich meine, wer merkt schon gerne, dass wir nicht so originell sind, wie wir denken. Aber meine Überlegungen gehen dabei eigentlich noch weiter. Vielleicht, denke ich heute, hätte ich einen ganz anderen Text geschrieben, über ein ganz anderes Thema oder mit einem ganz anderen Ansatz, wenn ich die Kolleginnen vor Ort nicht einfach als eine Art Dienstleister behandelt hätte, meine Idee vor Ort umzusetzen. Erfahrene ReporterInnen, also von denen wir hier sprechen, die im Gegensatz zu mir die Sprache sprechen und das Land wirklich kennen. Wenn ich sie vorab kontaktiert hätte und sie gefragt hätte, welche Geschichten sie unbedingt erzielt sehen wollen und ob ich auf der richtigen Spur bin. Wenn wir gemeinsam recherchiert hätten, ein Thema, das in Deutschland und in Griechenland relevant gewesen wäre. Davon gab es während der Eurokrise nun wirklich viele. Und ich sie gefragt hätte, ob es vielleicht gegebenenfalls etwas aus Deutschland gibt, das sie im Gegenzug für ihre Recherchen hätten gebrauchen können. Ich würde sagen, fast niemand hat das so gemacht. Im Gegenteil. Viele ReporterInnen und Redaktionen sind nicht einmal so weit gekommen wie ich. Nicht einmal so weit gekommen, dass sie sich mit der Krise aus der griechischen Perspektive überhaupt auseinandergesetzt hätten. Denn anders kann die überhebliche, schablonenhafte und oftmals rassistische Berichterstattung über die Krisenländer in der Eurokrise nicht erklärt werden. Wer internationale Wirtschaftspublikationen las, der wusste eigentlich, dass es in der Eurokrise um die Bewältigung der Überschuldung in den fünf Krisenstaaten ging. Die Finanzindustrie und ihre Kunden hatten dabei sowohl das ungesunde Wirtschaften von Ländern wie Griechenland finanziert, als auch die Immobilienblase in Irland und Spanien angefeuert. Die Haftung für die geplatzte Blase lag dann allerdings bei der jeweiligen Bevölkerung und damit indirekt bei den Steuerzahlern der Eurozone. Eine Debatte aller, wer hat Schuld, ist im Journalismus oft gefährlich. In der Eurokrise allerdings fiel sie besonders einseitig aus. Dass die Notkredite die Gläubiger retteten, wurde in deutschen, französischen und niederländischen Medien weitgehend ignoriert. Stattdessen wurde über undankbare Griechen berichtet, die ihren Rettungsschirm und die damit verbundenen Sparvorgaben nicht mit genug Demut entgegennahmen. Wirtschaftsberichterstattung wurde in den täglichen Nachrichten stark emotionalisiert. Die Probleme vor Ort wurden dabei oft ins Lächerliche gezogen. Im Extrem verteilte Paul Ronsheimer von der Bild-Zeitung in Athen Drachmen an die Pleite Griechen. Die Argumente der Krisenländer wurden gar nicht oder nur eingepasst in dieses Narrativ berichtet. Die Folgen des Auseinanderklaffens der Narrative in Europa und das daraus entstandene gegenseitige Misstrauen wirken bis heute nach. Was lässt sich daraus lernen? Es stimmt, was die Gründerin der Journalisten-Vernetzungsplattform Hostwriter Tabea Krischek sagt. Sie sagt, Cross-Border is a mindset. Es ist eine Einstellung, ein Arbeiten mit internationalen Kolleginnen auf Augenhöhe. In einem internationalen Netzwerk ist jeder und jede erst einmal Expertin für sein und ihr Land. Mit exklusiven Zugängen, Kontakten und Hintergrundwissen. Die anderen können natürlich Rechercheergebnisse nachprüfen, auch für Szenen oder Konfrontationen selbst einreisen. Dies kann sogar von Vorteil sein, um Kolleginnen vor Ort zu schützen. Aber niemand gibt alleine die Richtung vor. Es gibt im besten Fall offene Diskussionen über Sichtweisen und Interpretationen der Rechercheergebnisse. An dieser Stelle ein kurzer Einschub zu Rudolf Augstein, wie es im Rahmen dieser Vorlesung ausdrücklich gewünscht ist. Korrektur unserer Perspektiven brauchen wir alle. Auch Augstein war geprägt von seiner eigenen Biografie und nicht gefeilt gegen Irrtümer und Vorurteile. Wer gemeinsam recherchiert, macht weniger schlimme Fehler. Für mich persönlich und sieben andere mündete die Erkenntnis und Erschütterung der Euro-Krise 2016 in der Gründe von Investigate Europe. Dieses Team ist in seiner permanenten, grenzübergreifenden Recherche und in seiner Organisationsform als europäische Genossenschaft wohl ein Extrem der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Ich würde wirklich nicht sagen, dass alle Teams immer alles gemeinsam entscheiden müssen. Aber meine internationalen Kolleginnen von damals wie heute würden Ihnen sofort bestätigen, wer international wie europaweit im Team arbeiten will, der muss dafür als erstes seine Methode vom Kopf auf die Füße stellen. Denn, wenn ich noch eine Pionierin des grenzübergreifenden Journalismus, Brigitte Alfter, zitieren darf, Cross-Border is a method. Es ist ein Handwerk. Wer grenzübergreifend arbeitet, teilt Recherchen von Anfang an. Das bedeutet einen immensen Vertrauensvorschuss. Und es bedeutet, die eigenen Arbeitsabläufe als Journalist komplett umzubauen. Statt Ergebnisse möglichst lange geheim zu halten, werden schon Rechercheansätze gemeinsam diskutiert. Es bedeutet, Berge von Materialien stellvertretend für andere zu sichten und nicht nur nach dem zu durchforsten, was direkt für die eigene Berichterstattung verwertet werden kann. Es bedeutet in einer Sprache, meistens Englisch, zu kommunizieren, die auf ganz unterschiedlichen Niveaus beherrscht wird. Es bedeutet, mit Sprachbarrieren und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu arbeiten. Dabei kann ich Ihnen von Investigate Europe erzählen, dass Sie ein Team gründen, um kulturelle Vorurteile abzubauen und dann erst einmal merken, wie viel doch dran ist eigentlich an den ganzen Nationen-Klischees. Es bedeutet, Wissen und Kontext für andere zu erklären und zu übersetzen. Kontext, der bei der eigenen Leserschaft eigentlich schon vorausgesetzt werden kann. Es bedeutet, Recherche gefallen aller, könntest du für uns in Deutschland vielleicht mal kurz nachschauen, ob zu erfüllen, auch um selbst dann eigene Gefallen erfüllt zu bekommen. Es bedeutet, in Chats mit manchmal Dutzenden oder gar Hunderten Teilnehmern den Überblick zu behalten. Es bedeutet, in eine Infrastruktur zu investieren, in der vertrauliche Inhalte international geteilt werden können. Es bedeutet, Veröffentlichungstermine und Ergebnisse zu koordinieren, monatelang dran zu bleiben und Verschiebungen in Kauf zu nehmen und auf allen Ebenen viele, 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 viele Kompromisse einzugehen. Warum lohnt sich das? Es gibt, meiner Meinung nach, am Ende keine lohnendere Art des Arbeitens. Wenn eine solche Recherche gut läuft, erzielen grenzübergreifende Teams Rechercheleistungen, die eine einzelne Redaktion niemals erreichen würde. Die großen internationalen Netzwerke können hunderte Spuren gleichzeitig verfolgen und riesige Datensätze durchforsten. Aber auch mit einem kleineren Team oder kleineren Kooperationen können sie mit grenzübergreifenden Recherche LeserInnen Perspektiven eröffnen, die diese sonst niemals gehabt hätten. Ein Beispiel. Eine Recherche zur Ausbeutung von Lkw-Fahrern auf europäischen Autobahnen, die wir mit Investigate Europe 2018 veröffentlicht haben. Das Thema an sich war nicht neu. Sie alle haben wahrscheinlich schon Fernsehdokumentationen von Parkplätzen gesehen, in denen Männer an ihren Trucks leben. Sie haben Nachrichten über Unfälle gelesen, bei denen Lkw-Fahrer erschöpft am Lenkrad eingeschlafen sind und Unfälle gebaut haben. Aber viel mehr erfahren sie normalerweise nicht. Die Investigate Europe-Recherche hat auch mit einer Szene auf einem deutschen Parkplatz angefangen. Aber schon im nächsten Absatz hat sie enthüllt, wie in einer polnischen Behörde Fahrergenehmigungen ohne Prüfung erteilt wurden. Sie hat gezeigt, wie die Polizei in Belgien Fahrer anhält und die ihre Strafen mit der Firmenkreditkarte zahlen. Von wegen, Regelverstöße werden durch Unternehmen nicht gebilligt. Sie endete mit dem Autozulieferer in Frankreich, wo die Männer ihre Fracht abliefern und wo Dokumente die komplette Kette der Ausbeutung belegt hatten. Von wegen, niemand kennt alle seine Subunternehmer. Beim Lesen wäre ihnen das vielleicht überhaupt nicht bewusst gewesen. Aber ein Reporter allein hätte eine solche Geschichte niemals schreiben können. Ein Einzelner hätte schlicht nicht die Zugänge bekommen, die jedes Teammitglied im eigenen Land hatte. Und das ist eigentlich auch genau der richtige Moment, um auf das Thema Impact zu sprechen zu kommen. Impact kann man grob mit Wirkung übersetzen. Und es ist eine, gerade im Non-Profit-Bereich, beliebte Art und Weise, den Erfolg von journalistischen Recherchen zu messen. Es mag vielleicht ein neuer Begriff für Sie sein. Aber Sie haben ganz sicher schon von den klassischen Erfolgsindikatoren gehört. Zeitungen und Fernsehsender erheben, wer wie viele Abos verkauft, wer wie viele Zuschauer hat, so die ganz berühmte Quote. Es wird genau vermessen, wer wie lange auf welchen Online-Kanälen verbleibt. Welcher Artikel wie oft von anderen Medien zitiert wird. Denn vieles davon lässt sich direkt messen und es zeigt das Interesse, auf das eine Recherche trifft. Aber es sagt eben noch nicht viel aus über die Wirkung der Recherche. Wenn auf Recherchen Ermittlungen folgen oder Gesetze geändert werden, dann sprechen wir vom Impact. Steuermilliarden werden eingetrieben und auf öffentlichen Druck hin Bankengeheimnisse aufgeweicht. Reporting-Pflichten von Unternehmen werden geändert. Journalismus kann viel bewegen. Und wer so arbeitet, wie ich es bisher beschrieben habe, der tut das ganz sicher nicht, damit alles so bleibt, wie es ist. Dabei darf auch nicht vergessen werden, dass die Folgen mancher Berichterstattung sich erst sehr spät zeigen. Ermittlungen können sich hinziehen, politische Reaktionen können auch Jahre nach einer ersten Berichterstattung zu einem Thema passieren, einfach weil die Öffentlichkeit danach nicht mehr locker lässt. Nicht alles passiert immer sofort und sollte deshalb auch nicht die einzige Grundlage von Erfolgsbewertung sein. Wenn Sie sich damit ein bisschen beschäftigen, dann werden Sie deshalb auch Kritik am sogenannten Impact-Zwang finden, wenn Ihnen zum Beispiel Journalismusförderer zum einzigen und höchsten gut erklären. Denn eigentlich verläuft genau hier die Linie zwischen JournalistInnen und AktivistInnen. Im Zweifel müssen wir jederzeit bereit sein, jede Recherche einzustampfen, wenn die Ergebnisse die These nicht tragen. Wer aber unbedingt für seine Arbeit fundraisern muss und Ergebnisse dafür präsentieren soll, der kann hier auch schnell falsche Anreize gesetzt bekommen. Und genau deshalb komme ich jetzt zum Schluss, noch explizit auf den Kontext in Europa zu sprechen, in dem diese Recherchen stattfinden. Sie erinnern sich an die drei Grundlagen? Professionelle Neugier, gründliche Recherche und der gesellschaftliche Kontext. Da sind wir jetzt. Wenn ich nämlich über die Arbeit- und Recherchemethoden bei Papertrail Media und Investigate Europe spreche, ist mir bewusst, dass diese Arbeitsweise zu Recht zum Beispiel von freien ReporterInnen oder Kolleginnen bei Tages- und Online-Publikationen als privilegiert beschrieben wird. Zeit und Geld für gründliche Recherche zu haben, ist in der Medienlandschaft von 2023 nicht mehr selbstverständlich. Das erkenne ich voll an. Auch wenn ich immer darauf bestehen würde, dass mindestens Ansätze der kooperativen und grenzübergreifenden Recherche im Redaktionsalltag in Deutschland mehr Platz verdient hätten. Ich muss es sogar anerkennen, denn, hier kann leider ich wirklich nicht besonders optimistisch klingen, gründlicher Journalismus ist ein Rückzugsgefecht. Das liegt nicht unbedingt an den Medien selbst. Die Branche hat eigentlich schon vieles verstanden. Es gab vielerorts in Deutschland eine Investition in sogenannte investigative Teams. Immer mehr Redaktionen bis hin zur lokalen Ebene schließen sich in größeren Netzwerken zusammen. Es sind natürlich tendenziell eher die großen Medien, die sich die großen Recherchen leisten können. Aber es gibt auch eine kleine, aber feine Gründungswelle von gemeinnützigen Rechercheteams, die sich meistens über Stiftungen und Kleinspenden von Lesern finanzieren. Diese sind meist gut miteinander vernetzt, auch über Grenzen hinweg. Allein, es fehlt dem Mediensektor hinten und vorne an Geld. Und richtig viel Dynamik ist hier auch nicht drin in der politischen Gestaltung. Die Gemeinnützigkeit für den Journalismus, die viel für solche gemeinnützigen Teams ändern könnte, kommt bisher trotz aller Zusagen nicht voran. Die Ampel zerstreitet sich über eine Distributionsförderung, die vor allem die Betriebswege der Printmedien unterstützen soll. Alles ist ziemlich behäbig. Vielleicht auch, weil die Situation in Deutschland weiterhin gegenüber vielen Ländern in Europa und dem Rest der Welt insgesamt ziemlich privilegiert ist. Geld ist dabei aber nicht das einzige Problem. Auch politisch befindet sich die freie Presse in einem Rückzugsgefecht, mitten in Europa. Der finanzielle Druck auf die Redaktionen wird von einem zunehmenden politischen Druck begleitet. In Ungarn und Polen gehen die Regierungsparteien ganz offen gegen eine kritische Presse vor. Italiens Staatschefin Georgia Meloni baut das öffentliche Fernsehen zu ihren Gunsten um. Auf Malta, in Griechenland und in der Slowakei wurden in den vergangenen Jahren Journalistinnen ermordet. Hacking-Software wird gegen Journalistinnen eingesetzt. In Griechenland, Ungarn, Frankreich und auch in Deutschland. Frankreich hat ein massives Problem mit Medienkonzentration. Außerdem drängt der französische Präsident Emmanuel Macron gemeinsam mit einer Mehrheit der anderen Regierungen darauf, eine Ausnahmeregelung für Geheimdienste in den jüngsten Entwurf der EU-Kommission für ein Medienfreiheitsgesetz einzufügen. Statt das Ausspähen von Journalistinnen darin klar zu untersagen, soll es unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit legalisiert werden. Während es eine Zeit lang so aussah, auch wegen der Veröffentlichung der massiven Steuerleaks, als sähen sich Regierungen auf nationaler und internationaler Ebene zu mehr Transparenz gezwungen, ist die Entwicklung in jüngster Zeit wieder klar rückläufig. Transparenzregister, gerade erst eingeführt, sind nun europaweit unter teils vorgeschobenen Datenschutzgründen wieder geschlossen. Auskunftsrechte werden mangelhaft umgesetzt und Ausnahmen ausgereizt. Die Schweiz diskutiert das Bankengeheimnis wieder zu verschärfen. Whistleblower haben es immer schwerer, sich an die Presse zu wenden. Sie werden öffentlichkeitswirksam verfolgt und bestraft. Die Quelle der Fintech-Files, Natalie Mayflower-Sauer Edwards, sitzt im Gefängnis. Edward Snowden sitzt ohne Perspektive in Russland fest. Und Julian Assange, eigentlich Publizist und Journalist, nicht einmal Whistleblower, wird als Geheimnisverräter verfolgt. Wer in Deutschland sich an Verdachtsberichterstattung heranwagt und zu MeToo berichtet, wird mit Klagen überzogen. Sobald die Promi-Kanzleien auch nur die Veränderung eines Halbsatzes erreichen, feiern sie das öffentlichkeitswirksam als Sieg gegen angeblich unseriöse Journalisten. Die strategische Klage gegen kritische Journalisten hat auch einen Namen. Sogenannte SLAPS. Strategic Lawsuits Against Public Participation. Sie haben das Ziel, Journalistinnen zu zermürben und finanziell zu ruinieren. Ob am Ende die Berichterstattung fehlerfrei war, fällt dann eigentlich kaum noch ins Gewicht. Was können Journalistinnen dagegen tun? Erstens, wird sie nach diesem Abend nicht überraschen, noch mehr kooperieren. Gemeinsame Recherchen verringern nämlich nicht nur das Fehlerrisiko. Gemeinsame Veröffentlichungen mit vielen Partnern schützen auch die einzelnen Medien stärker vor strategischen Klagen. Und zweitens, Journalistinnen in Europa müssen sich trauen, als AktivistInnen in der eigenen Sache aufzutreten. Wenn wir nicht für eine ausreichende Arbeitsgrundbeziehung für gründliche Recherche kämpfen, wer soll es denn dann tun? Am Ende sollten Sie als LeserInnen und Sie als junge JournalistInnen darauf vertrauen können, dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt und dass Journalismus dazu beiträgt, dass diese Debatten auch so stattfinden können. Auf europäischer Ebene, um auf die Wahl in 2024 zurückzukommen, ist Transparenz genauso entscheidend wie auf nationaler. Wenn JournalistInnen hier kritisch berichten, dann gibt es ganz schnell den Vorwurf, wir schürten die Wut auf Europa und auf die Eliten. Kolleginnen müssen sich Beschimpfungen als Nestbeschmutzer gefallen lassen. Aber eigentlich macht doch nur Reflexion und Debatte eine lebendige Demokratie aus. Meine Generation, die Mitte der 80er in Deutschland geborenen, wir hatten, im Gegensatz zur Generation von Rudolf Aufstein, lange einen sehr entspannten Blick auf Europa. Europa war etwas langweilig, aber sympathisch. Es bedeutete Interrail, Erasmus, Easy Jet Set, das heißt günstiges Fliegen in europäische Hauptstädte fürs Wochenende. Eine Generation, die den Zweiten Weltkrieg oder auch den Kalten Krieg erlebt hat, konnte die Selbstverständlichkeit dieser jungen Europäer wahrscheinlich nie nachvollziehen. Und diese Selbstverständlichkeit blieb ja auch nicht lange intakt. Wer in den 2000ern geboren ist, kennt Europa-Berichterstattung nicht mehr ohne den Zusatz Krise. Historiker resen schon jetzt von einem Zeitalter der multiplen Krisen. Mit der Klimakrise als wahrscheinlich bedrohlichstes Szenario. 2024 wird das Europaparlament neu gewählt. Wir werden einen weiteren Sommer mit Bränden, Fluten und Dürren erleben. Wahrscheinlich mit Wahlsiegen weiterer Populistinnen, die diese Gefahr leugnen und sie stattdessen bei Migrantinnen heraufbeschwören. Es wird ganz viel darum gehen, was Europa für die Menschen sein kann. Dafür braucht es aufmerksame Journalistinnen und Leserinnen. Deshalb meine Bitte ganz zum Schluss. Schauen Sie nicht weg. Halten Sie uns, Journalisten, für die Standards in der Berichterstattung über und aus Europa verantwortlich. Damit dann wir gemeinsam diejenigen mit Entscheidungsgewalt auf politischer Ebene verantwortlich halten können. Vielen Dank. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Vor allem dieser reportagige Einschub. Den fand ich super. An dieser Stelle, bevor wir zu Ihnen und Euren Fragen kommen, verabschieden wir uns bei den Zusehenden im TIDE TV. Die Aufzeichnung ist hiermit beendet. Die Aufzeichnung ist hiermit beendet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.